Wir sind hier und wir sind laut! Liebe Bürgerinnen und Bürger, wir sind hier, um für die Legalisierung von Cannabis zu demonstrieren. Wir sind nämlich dafür, dass Cannabis legal in Deutschland wird und nicht mehr illegal ist, denn Cannabis wird auch als Heilmittel benutzt. In China behandelten vor ca. 5000 Jahren Ärzte ihre Patienten, die an Räumer litten oder Migräne mit dem sogenannten Cannabis. Leider ist dieses heute nicht mehr möglich oder nicht mehr sehr möglich, da in Deutschland Cannabis nicht mehr legalisiert wird und wir sind dafür, dass Cannabis wieder legalisiert wird. Wir sind hier und wir sind laut!